Was ist ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen? Einerseits, weil ich ein Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen habe und natürlich auch eine Zahlenaffinität. Was mich vor allem verzingelt ist, im Rahmen des Steuerrechts und der Buchhaltung, ist komplexe Vorgänge in wirtschaftlichen Unternehmen, vielschichtigen Unternehmen, vielschichtige Vorgänge vereinfacht darzustellen. Auf einer abstrahierten Ebene, beispielsweise im Rahmen einer Buchhaltung, einer Bilanz oder aber dann in weiterer Folge einer Steuererklärung. Für die FH habe ich mich entschieden, weil es neben den vielen fachlichen Lehrveranstaltungen auch ein großer Fokus auf persönlichkeitsbildende Lehrveranstaltungen gelegt wird und das in der heutigen Zeit immer wichtiger wird und weil die Möglichkeit besteht, das Studium auch berufsbegleitend zu absolvieren. Das heißt, man hat Zeit unter der Woche auch, das theoretische Wissen praktisch umzusetzen, da Erfahrungen zu sammeln. Und das war für mich ein wichtiger Faktor, warum ich mich für die FH Campus Wien entschieden habe. Einerseits einmal formal war ein Masterabschluss die Voraussetzung, um meinen Beruf ergreifen zu können. Andererseits natürlich auch fachlich, dass man sowohl die Einzelheiten des nationalen Steuerrechts kennenlernt, wie funktioniert eine Buchhaltung, eine Bilanzierung nach nationalen Rechtsvorschriften, also dem Unternehmensgesetzbuch. Und auf der anderen Seite aber international, wie schaut das aus, wenn da Verrechnungspreise mit hineinspielen, wie schaut die Rechnungslegung nach IFRS aus und wie spielen dann Doppelbesteuerungsabkommen, Verrechnungspreise da mit hinein. Natürlich hilft auch das Wissen über die fachlichen Zusammenhänge und gibt einem gewisse Sicherheit, was nicht heißt, dass man nach dem Studium für alle Berufe perfekt vorbereitet ist. Natürlich ist die Lehrenkurve gerade zu Beginn sehr hoch. Nichtsdestotrotz kriegt man, glaube ich, hier ein gutes Rüstzeug und hat auf jeden Fall die Grundvoraussetzungen, um seine Karriere zu starten und einen Berufseinstieg gut zu meistern. Einerseits natürlich das Wissen in den Bereichen der Rechnungslegung oder aber auch des Einkommensumsatz- oder Körperschaftssteuerrecht, das ich mitnehme. Andererseits natürlich auch die Social Skills, die man im Rahmen des Studiums erlernen und auch gleich ausprobieren kann. Zum Beispiel arbeiten in Teams, in sich verschieden zusammensetzenden Teams oder auch Präsentationstechniken. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich mitnehmen kann, ist auf einer Meta-Ebene die Fähigkeit, Zusammenhänge zu erkennen, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, die miteinander in Beziehung und vernetzen zu können und das dann auf ein neues Fachgebiet anwenden zu können. Und das dann auf ein neues Fachgebiet anwenden zu können.